Genie schaute nachdenklich die Fotos des perfekten, entstellten Gesichts an und sagte, »Wir können später Eingriffe gegen die Narbenbildung vornehmen und möglicherweise können wir seine Gesichtszüge mit Silikoneinlagen etwas geschmeidiger gestalten, aber ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass wir seine Verletzungen vollständig unsichtbar machen können. Es wird nie laut gesagt, aber nach einem Facelifting haben die Patienten einen Haufen Narben. Wir setzen nur das Skalpell so geschickt an, dass man sie nicht sieht. Ein Schnitt über dem Augenlid, ein Schnitt neben dem Nasenflügel, ein Schnitt hinter dem Ohr. Der Unterschied ist, dass wir bei ihrem Sohn keine Wahl haben. Die plastische Chirurgie nennt das ein ewiges Lächeln. Und das nicht ohne Grund. Ja, dieses Wort benutzte er. Nick bekam nicht einmal eine Zeitungsnotiz, kein »Mountain bites happy horror grin in Dutchman's face«, denn am folgenden Tag wurden Fotos von der Nasenkorrektur der Schweizer Schauspielerin Heidi Lötschenthaler veröffentlicht, und es war kein Platz mehr für Kurznachrichten. In etwa sechs Monaten, wenn der Kieferknochen verheilt ist, können wir Gebissimplantate einsetzen. Bis dahin bekommt er eine Prothese. Aber so weit sind wir noch nicht. Es bleibt allerdings die Frage, ob er seine Mimik vollständig zurückerhalten wird. Sie müssen sich darauf gefasst machen, dass funktionale Probleme auftreten können. Zum Beispiel eine begrenzte Mundöffnung, eine bleibende Schädigung der Nerven und infolgedessen ein herabhängender Mundwinkel oder eine partielle Gesichtslähmung. Mir wurde schwindelig. Irgendwo weit weg hörte ich Louise Wimmern. Ich versuchte, mich auf die pochende Ader an der kahl werdenden Schläfe Genies zu konzentrieren. Ein Schweißtropfen glitt daran hinab. Verlust des Kaufvermögens, eingeschränkte Nasenatmung, vermindeter Geruchs- und Geschmackssinn, Artikulationsprobleme. Die Ader, die Kahlheit, auch das sind Narben, Alter. PTSS, teilweise Gedächtnisverlust, Panikattacken. Ist Ihr Sohn versichert? In meinem Kopf schrien meine Gedanken. Gebt mir Schwerkraft, lasst mich zermalmt werden, macht mich unsichtbar. In diesem Moment sah ich noch nicht, dass etwas nicht stimmte. Dazu war mein Schock viel zu groß. Und ich wollte es noch immer nicht sehen, als ich, nachdem ich an dem Abend das Hotel verlassen hatte, nach einigen Irrwegen durch das Wirrwarr von engen, abschüssigen Gassen endlich wieder beim Krankenhaus angekommen war, wo mir Nachtschwester Cécile Maitraillet nervös das mehrmals zusammengefaltete Briefchen zusteckte. Das in Nicks Handschrift verfasste Briefchen. Ob nicht, was Sie sagen. Es war kein Unfall. Natürlich wollte ich ihm glauben. Wer glaubt seinem Partner denn nicht, wenn der einem so etwas erzählt? Aber Nick kämpfte mit den Folgen eines schweren Traumas, und Dr. Genet hatte gesagt, dass er sich nicht an den Unfall erinnern konnte. Ich dachte, dass er an Wahnvorstellungen litt. Und ich dachte auch, dass das meine größte Sorge wäre. Dass ich mich irrte, zeigte sich erst, als etwas der armen Cécile am darauffolgenden Abend so einen Schrecken einjagte, dass sie mitten im Dienst aus dem Krankenhaus floh und sich nicht mehr zurücktraute. Dieses Etwas war Nick.